So meine Damen und Herren, heute geben wir mal volles Risiko für Sie. Hier gibt es keine anderen Personen, die mich jetzt hier retten können. Ist ein kleiner, also... Ja, aber groß genug trotzdem noch, ne? Wir sind gespannt, was passiert. Ja, das ist gut, das ist ein guter Cassavari, stellt sich in die Sonne. Ja, bitte nicht auf die Straße, bitte... Nein! Falsche Richtung! Ja, okay, um mich rum darfste. Ist okay, ja. Und bitte zu, es zieht. Guck mal hier, ich geh vorbei. Ja, meine Damen und Herren, man darf hier wirklich keine Angst vor der Tierwelt haben. Ansonsten kriegt man solche Aufnahmen für Sie daheim nicht hin. Ja, also Respekt, klar. Aber Angst, nein. Stimmt's, Kasu? Wäre auch ein bisschen langweilig. Du musst dich auch ein bisschen an die Menschen hier gewöhnen, ne? Ja, also wo kriegt man denn sonst solche atemberaubende Aufnahmen hier? Die sind gerade Centfleisch, die wollen mich ein bisschen zerstechen. Aber für Sie, meine Damen und Herren daheim, halten wir doch direkt noch ein bisschen drauf. Weil den sieht man nicht alle Tage hier so nah und so putzlich. Geühlt sich schon an meine Stimme, die kennt das schon, ne? Ja, also ich denke das reicht erstmal als Aufnahme. Oder? Ja, das sieht ein bisschen komisch jetzt hier aus. Ein bisschen... Hat Hunger vielleicht, oder? Was soll das? Hunger oder Aggression? Ich weiß es nicht. Aber er ist auf mich zugekommen, also kann es eigentlich nur Hunger sein. Ja. Tschüss.